Ja, herzlich willkommen bei CNTV, Ihrem Planet Reseller. Unser heutiger Gast, Jochen Polster, Geschäftsführer AMD. Herr Polster, Sie sind in Hannover nicht mit einem eigenen Messestand vertreten, aber bei vielen Partnern präsent, wie beispielsweise Foyer zu Siemens Computers. Wie schätzen Sie den bisherigen Messeverlauf ein? Ja, es ist gut, dass Sie mich heute fragen und nicht gestern. Gestern waren wir also, muss ich sagen, recht enttäuscht einfach von der Besucherzahl hier. Aber heute sieht es doch sehr viel besser aus. Wie Sie schon erwähnten, wir haben zwar keinen eigenen kompletten Stand, aber wir denken, haben ein Konzept gefunden, was fast noch besser unsere Message rüberbringt, denn letztendlich sind wir ein Ingredient-Hersteller, ein Komponenten-Hersteller und Chips auszustellen ist immer ein bisschen langweilig. Das heißt, wir sind sowieso immer mit Partnerprodukten vertreten und deswegen haben wir, wie Sie schon erwähnten, dieses Jahr gesagt, wir sind wirklich bei Partnern, dann auch gleich auf den Ständen vertreten. Hinzu kommt, wir sind ein großer Sponsor der Gaming Hall 22 und haben dort auch Meetingräume. Das heißt, wir können unsere Meetings machen, wir können unsere Pressekontakte pflegen. Insofern kommt das recht gut hin vor uns. Ich denke, wir haben ein gutes Konzept gefunden für die CeBIT. Ein gutes Konzept und viele neue Produkte, die Sie hier in Hannover angekündigt haben. Wann ist denn mit den neuen CPUs zu rechnen? Wann können sie ausgeliefert werden? Eine Frage, die auch gerade den Handel brennend interessiert. Ja, klar. Also wir werden noch diesen Monat die neue Version des Phenom, wir nennen das B3-Stepping, ausliefern und zwar in recht großen Stückzahlen für den Kanal speziell. Der Triple-Core-Baustein wird auch in den nächsten Wochen kommen. Das heißt, wir haben dann auf der Phenom-Basis für die Spider-Plattform sowohl Quad-Core als auch Phenom-Prozessoren. Das ist die eine Sache. 45 Nanometer-Produkte sind angekündigt worden gestern hier auf der Presse. Wir haben laufende Muster gezeigt und werden diese noch im zweiten Halbjahr ausliefern. Das ist also das, was die CPUs betrifft. Darüber hinaus haben wir, und ich glaube, das wird gerne immer wieder vergessen, aber ich denke, es ist fast eine genauso große Neuigkeit. Wir haben neue Chipsets vorgestellt, speziell den 780G. Und soweit ich bisher die Presse-Reviews gelesen habe, und man kann ja mal selbst darüber reden, aber wichtiger ist eigentlich, was die Kommentatoren dazu sagen und die es auch getestet haben, ist es wirklich ein Meilenstein, speziell was integrierte Grafik betrifft. Wir haben also in der integrierten Grafik Leistungsklassen jetzt erreicht für DivX10 mit UVD, also mit Blu-ray. Über HD muss ich ja nicht mehr so stark reden, also mit Blu-ray Decoding, was vorher überhaupt nicht denkbar war in einer integrierten Lösung. Das ist also die zweite Sache, die hier vorgestellt wurde. Und dann last but not least geht es also schlicht auch darum, wie werden wir die Spyder-Plattform, und das ist ja für uns sehr wichtig, die also basierend auf diesen neuen Chipsetzen ist, die auch basierend auf den neuen Grafikbausteinen ist, die wir vor ein paar Wochen vorgestellt haben, und eben auch auf den Phenom-Prozessor, wie wird sich die weiterentwickeln? Und auch darüber haben wir gesprochen hier. Ja, wie werden sich die Plattformen weiterentwickeln? Es ist ja ein Punkt, mit dem Sie auch versuchen, sich vom Wettbewerber Intel, der auch eine Plattformstrategie fährt, nichtsdestotrotz versuchen Sie sich in diesem Punkt auch zu differenzieren. Was können wir denn da Neues erwarten in dieser Richtung? Also auf der Desktop-Seite ist es wirklich eine Weiterentwicklung der Spyder-Plattform, sprich die neuen Chipset, und wir haben ja heute nur einen vorgestellt, es kommt also eine ganze Familie von Chipsetzen dazu heraus, wird sicherlich ein breites Leistungsspektrum für diese Spyder-Plattform erlauben. Vom Low-End, der dann zum Beispiel nicht diese Online-Decoding-Geschichten erfasst, bis zum Highest-End, wird alles auf einer und derselben Plattform basieren. Schön dabei ist, dass die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Sie haben also die Möglichkeit, wirklich CPU-Chipsatz und Grafik genau so zu optimieren, dass das gut miteinander passt. Die zweite Plattform, über die gesprochen wurde, einfach um Status-Update zu geben, ist die mobile Plattform, die auch erstmals wirklich als Plattform vorgestellt wird, das heißt wiederum die drei abgestimmten Komponenten, das ist die Puma-Plattform, und dort wurde ein Update gegeben, dass die also noch im ersten Halbjahr auf den Markt kommen wird, in natürlich dann Notebooks, die vorwiegend von Multinational-Accounts kommen, was für ihren Reseller-Bereich sicherlich auch sehr wichtig ist. Sie haben es gerade angesprochen, Stichwort Channel, Stichwort Reseller. AMD hat seit langer Zeit ein Partnerprogramm für CPUs. Es wird jetzt peu a peu sukzessive auf den Grafikkartenbereich ausgeweitet. Und womit können die Partner denn rechnen in diesem Jahr? Wir wollen speziell den Reseller-Bereich weiter fördern. Und einige Dinge, an denen wir arbeiten, wobei, das ist schon fast ein bisschen ein Pre-Announcement hier, da muss ich fast noch vorsichtig sein, aber wir arbeiten an einem Loyalty-Programm, wie wir es so schon nennen, so ein bisschen das, wie die Airlines auf dem Mileage-Programm machen, was sicherlich für die Reseller recht vorteilhaft ist, denn wir werden dadurch ermöglichen, dass man letztendlich doch gewisse Rabatte erzeugt. Nur diese Rabatte dann halt in Form von zusätzlicher Hardware oder vielleicht auch mit Softwarepartnern zusammen eingelöst werden. Das heißt also, der Reseller-Markt ist für uns ein guter Markt. Es soll nicht nur auf Komponenten ausgebaut werden, wie Sie gerade sagten. Wir haben sicherlich schon was, was also die CPUs betrifft. Wir haben sehr schön jetzt auf die Grafik ausgearbeitet. Aber uns geht es auch um Systemgeschäft, denn viele der Reseller bauen ja gar nicht selber, sondern kaufen Systeme von den großen MNCs, speziell im mobilen Bereich geht es ja fast gar nicht anders. Und wir müssen auch das betrachten. Das heißt, wir müssen auch dort gewisse Incentives schaffen, sodass also AMD-basierende Systeme gerne genommen werden. Und wir wollen das über alles ausdehnen, dass es also sowohl die Komponenten als auch die Systeme betrifft. Ja, Herr Polster, vielen Dank für das interessante Gespräch und den Besuch hier am Planet Reseller. Danke Ihnen auch. Vielen Dank.